Hallo Freunde der gepflichten Weihnachtsmusik aus Braunschweig. Wir sind 7up aus Köttingen. Wir waren letztes Jahr bei euch zu Gast im Spiegelzelt beim Wintertheater und werden dieses Jahr wieder da sein am 9.12. wenn wir ein weiteres Weihnachtskonzert bei euch geben dürfen. Wir würden uns freuen, wenn ihr alle da wärt. Wir üben schon bei 28 Grad, immer noch wusst wie es unsere Art ist. Aber eigentlich machen wir ja auch ein bisschen was anderes. Das solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. There's a hole in my heart that can only be filled by you. And this hole in my heart can be filled with the things I do. Hold hearted, hold hearted, yeah, 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 yeah. Wir freuen uns auf euch!